Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Beta von Star Wars Battlefront am anderen Ende der Leitung der Drachenbursche und natürlich am anderen Ende der Lenn 16 ich hoffe die Macht ist mit uns es sieht momentan relativ warte gut aus ziemlich am Anfang nein nein es sieht nicht gut aus die haben schon 4 Y-Wings es sieht ganz böse aus ach oh wir sind Imperium ich wollte gerade sagen ja es sieht nicht gut aus aber wir werden trotzdem versuchen uns hier direkt in das Spiel rein zu fuchsen da vorne gibt es eine ATS zu holen ich befürchte aber ich werde zu langsam sein und ihn zu holen außer dem Leck bei mir gerade eben schon wieder das Spiel weil ich direkt gerade reingestartet bin jetzt geht es auch wieder die Käpt'n da oben uns aber auch mies ab die Schweine na warte aber wo kam der die gerade hatte her völlig unberechenbar die gerade hatte ich nicht gesehen starte ich beim Lenn 16 das bin ich mal so lieb da oben ist einer da ist es nicht mehr aber aber auch aber auch mal ein Führer also wir sind schön und natürlich natürlich ich freue mich natürlich Bauer oder Obo es ist so cool aus wie die Fliege explodiert ich freue mich auf den Modus wo man kann ich bitte wieder laufen ich kann nicht mehr laufen okay wieder aufschieben also das war schon mal so gut laufen kann plötzlich dass wir sie nur im Kreis drücken kann ja ja altkirche also sei so sehr wie er die Partei muss man sagen also es geht es keine größeren Bugs bisher nervigen Bugs bisher aufgetreten außer dass wir es noch nicht geschafft zwei zu spielen in einem Modus aber ich bin natürlich noch behoben ich bin Teilfighter also so jetzt wo geht es aus ich hab nämlich mein Xbox-Kontroller angeschlossen und mit dem werde ich jetzt fliegen dann ich fliege jetzt nämlich mit dem Xbox-Kontroller und wir haben uns gegenseitig wieviel 8 Y-Wings ich will nur sagen 8 Y-Wings ich wollte ja mal die Sniper probieren die hab ich jetzt nicht irgendwie mit dabei ich glaub wir verlieren in der ersten Runde das ist das ist ja das liegt wir sind halt später erst reingefahren boah das macht ja richtig schade die Sniper ja hab ich doch das ist ja richtig nice du hörst mir nie zu ja ich ja doch 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 aber ich konnte nicht ah die dauert auch ewig bis wieder aufzunehmen na ja 13 Sekunden das stimmt ich hab alle die Ewigkeit ich hab alle die Ewigkeit trotz müsst um so diese nervige Gegner die da oben immer Käpt'n abfüßen was zum das war unerwartet die Gegner sind halt wirklich fast bei unserem Spawn das ist so lächerlich wo ist der Kattel ziemlich ziemlich lächerliche können grad überhaupt nichts machen schade ist ein bisschen doof aber es ist zweit können halt auch nichts an das nicht dieses mal war das denn ein assist reichheit leider nach oben sollst du nach oben gehen zu den rebellen abschauen da und den abschießen das sind jetzt die maximale anzahl bei johannes wo es nur verbunden wird das ausmacht als du was jetzt passiert ich bin gestorben das weiß was für unsere wörter sind im Arsch so können sie aber nicht hin ja sind sie aber das ist immer wieder meine Sniper mal wieder die sind nicht weglaufen ach man oder Leute gibt es ja genau in dem Moment den Rest nach hinten es sind immer noch acht Walker die äh acht Wild Wings die umherfliegen ja ist doch schön haben wir ein bisschen Bombenstimmung hier machen sie nicht so viel Schaden wie ich erwartet habe unsere Gegenspieler das ist wenigstens etwas Positives bei dem ganzen Negativen wenn der sich jetzt nicht bewegt dann mache ich den auch ein Headshot das war zwar kein Headshot aber es war ein Flackertes so komisch irgendwie Flackertes sehr komisch hier wenn man einfach durchschaut ja bei mir hat es Flackertes immer so schwarz ich habe doch geschossen ich habe genau in dem Moment geschossen Frechheit das ist schon wieder so ein Spiel wo es wieder nicht läuft aber immerhin benutze ich mal die Sniper eben die machen echt nachher es wird er der stillst verdammt wenig Schaden meine Güte nehmt wurde das Wort nicht sofort tot aber gemein die Kepler-Sport-Punkte können die machen und können die schon los um eine weiterhöhung so ein bisschen üben hier da wo sind die Gegnerchen nicht dass ich sie treffen würde, aber ich will sie zumindest sehen da ist keiner da ist einer von uns, der ist hier nicht gelandet alter ok wir haben uns doch wirklich ja das war, war ein interessantes Match auf jeden Fall, dass wir hier reingestartet sind wenn auch ein sehr eindeutiges, glaube ich also ein Bild na das Radar ich meine ich glaube Radar gesehen zusammen mit ich war so witzig, wenn ich Radar gesehen habe hab ich nur gefreut jetzt kommt er wieder raus wenn du das ihr schon erwischt so ich schon es bekommen Infanterie tun na warum nicht da ist doch schon wieder schwarzes Bild mh 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 die bühne hatte er die arbeit erwischt und 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 jawoll ich steige auf ich sehe den ersten rebellen da kommen sie alle aus bollas wie schießt dass mich schießen dass wir schießen das ist das genial ich weiß aber es war cool aus 2 3 2 4 5 definitiv oder kann man über vorne schießen vor allem ist abgitter kommen und abschließend vor allem aber das war cool das war sehr cool auf jeden fall schön aussieht da der rechtskämpf weiter gerade bitte das luke ich kann doch abschließen ja ich habe ich habe blut geworden sind es war auch nicht gewandert und das ist ein wund weder gegen so fast weder genug ich sehe hier nein ich schieße luke vorher ich schieße luke ich habe luke erschossen ja weiter brauchen wir noch ein bisschen glaube ich das ist so mächtig in dem AT-AT drinnen zu sitzen du gehst aus dem Ding raus das brauchen wir noch alter ist nur noch 11 Sekunden warum eine Minute Zeit hast du glaube ich 1 30 irgendwie sowas das ist so schön hier ich bin dann nicht raus Nein Oh sie haben nur einen 1.1 Nein Oh sie haben nur einen 1.1 Oh sie haben nur einen 1.1 geschafft zu bekommen das ist natürlich gottseidank Sehr sehr wenig Okay Wir werden es jetzt schaffen die äähh möglichst aber da war ich richtig gut im ATA das ist richtig witzig das will ich wieder haben oh ja sie haben uns so gut wie gar nichts abgeschossen wir haben wieder eine richtig richtig gute Chance das zu gewinnen ja siehste doch nicht so negativ Rebellen steigen und fallen mit dem zweiten Uplink das ist brutal hoffentlich fallen sie eher als dass sie steigen machen sie meistens ja es wird mir mal ein bisschen extra long range auch das ist ja gewesen hätte ich das geschafft oder schon wieder ein klug wieder dabei habe ich doch gerade immer sein gekillt ich bin der Heldenkiller war er fragt hat schon wieder hier gehe ich nicht hin ist doch wenn ich in die richtung gebellen was geht auch mein Gott war was ist böse die maggeber Kloster ist schon mehr ein ATSD anderen sich nicht zuerst das die sind auch ganz wenn ich jetzt nicht sterbe meine Güte wieso ist da einer ich bin gerade so für die für ein A das hat alles so gut angefangen heute und dann das ist alles für ein für ein dann sowas und dann sowas ja da ist die kritische Zeit überschritten worden für ein Bud Spencer ja genau die meinte LN16 wieso sind hier überall Gegner ich check's nicht die können hier nicht spawnen Teil Interceptor habt ihr noch nicht gesehen an dem ich ihn halt mal Teil Interceptor eh 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 Dings für das erste Mal auch noch nicht gesehen hab glaub ich im Flieger hat noch nicht gezeigt schaut so aus ist zwar ganz cool aber übersichtsmäßig hatte eher schlecht ich mach jetzt Kenzer ich nehmt jetzt einfach nur noch ich nehmt da jetzt einfach nur noch wow wow was zum der Ewing jetzt dreimal auf mich drauf geschaut was ich das scheiße gekriegt hat na gut zumindest habt ihr es mal kurz gesehen der Falle was er mit der Falle wir haben schon wieder vier Wochen habe ich zwei erschossen wie kann man so eine starke mittelfassen haben und dann wieder so viel aus er das war der erste für ihn holen ich mir doch da kenne ich nix und da gehört der mir hihihi so wenn es aber zweifel sind die gegner sie werden wir schießen du warst das erwartet nein ich schießt zu lange so ungewirklich zu treffen ja ja da hinten war gegner irgendwo da sei da habe ich mich um sie doch ganz viele du bist besonders net naah ich ha masse die der ist auch im�r hi wäre heim geflogen der kann es gar nicht überstanden habe das geht gar nicht ich weiß nicht wie viele Fahrzeuge hier gerade am Stück verschrotte ich habe das ist hat er 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 ganz ruhig ich bin schon mal schreit ich habe ich sterben ich bin drüber ich bin drüber ja die haben aber dafür zu über 6 auf der t lauf erlaubt der lauf Lauf der Rebellen Abschaum er hat er hat er hat er erlaubt so schnell und ganz so wird er nicht helfen ist das geil ist das genial da hat das lieben weil es kommen rein nicht ausweichen der Elie weglaufen laufe aber weg ist natürlich nicht um das gemeint von Bülsort dem Leben erneut ich mir jetzt ins Nächste Netz verband er hat sich auch hier zu sehen es gibt es noch gewinnen oder nicht also mir was nicht liegen ich schüttelte die Rebellen das war sie ab das gab es einen anderen da kann ich wenig dagegen machen ich könnte abschließend es geht nicht so geht es nur geht und dann anderen reichen bei ganzem Arme und Söder schießen es sei auch ziemlich witzig was hat diese starken Doppelschüsse und und andere aber was wird es gibt es halt noch die Katische ich bin besser beurte ich habe am meisten Kills momentan sie wird es auch nicht schwer dass man auch machen ziehen so ich bin einmal will ich oben stehen aber nicht oben stehen ohne die Tabelle zu drehen von ob es auch hier zu sein war wir haben tatsächlich jawoll 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 es ist vorbei zehn Sekunden später ja mein Gott da am meisten am meisten Kills 27 zu 1 beste Spiel bisher du bist genau dieser Typ von Spielern die halt diesen Modus unmöglich macht in der Mitte das ist das schön du darfst dich eigentlich darüber nicht freuen du musst ein ich tue es trotzdem ja ich bin fast Stufe 5 und schaffe ich Stufe 5 Winbonus ja hätten wir gewonnen hätte ich Stufe 5 aber so stand ich ganz oben mit Logo ganz oben alle haben es gesehen wow du bist wow alle haben gesehen dass ich einmal gut war einmal du hast zweimal im AT-AT jetzt können wir auch wieder aufhören zu spielen dann ne jetzt reizt mit der Beta jetzt habe ich einmal gezeigt dass ich doch ein bisschen was kann oder zumindest Glück hatte das mit Luke das vergessen wir nochmal schnell Waiter habe ich noch gar nicht gespielt Max noch eine Runde hier ich bin schon wieder drin das ist schön Dennis ist mal ganz schnell drin ich sehe schon na das kennen wir schon hier dann gehen wir auch direkt wieder ins Spiel rein und starten mit den üblichen Lags am Anfang kann ich mal so viel ja geht noch so halbflüssig nein 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 ich will das haben ich will das haben das ist gar kein Held oh Gott ist das da ist das Heldensymbol ist das Heldensymbol da komme ich nicht rechtzeitig hin nein 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 gehst du sterben das Heldensymbol nein da haben sie vor dass wir die blöden ob ich jetzt nein ich fall rein nein nicht die andere und geben die am Ende auch noch umgebracht hat nicht erst nein ich hätte was das Heldensymbol bekommen wobei die gleiche schon mal mit dem verdienten gehen aber ich bin trotzdem auch gar schon zweimal gestorben wo es ist es wieder richtig traurige Runde glaube ich man hätte einfach aufhören sollen bis es am schönsten und das war eindeutig in der letzten Runde ach diese Geräusche die sind immer noch schön die kann man einfach genießen wie habe ich den jetzt nicht getroffen wie mit recht nun mit recht vielleicht ist das Zeichen ja noch da dann war es ja auch noch da da war das vorhin das oh ich darf dafür ist immer noch anderes da weg hier okay schon mal X-Wing geflogen ja hab ich schon mal war auch nicht sehr grandios glaube ich aber dieser Flugmodus macht echt Spaß oh come on die gibt es jetzt hier zwar noch nicht zu spielen diese Flugmodus aber der macht auf jeden Fall Spaß unser Team hat insgesamt zwei jetzt drei Kills vier okay als ich gerade reingeschaut hatte hat unser Team insgesamt ein Kill und dann hat sie es gott sein die Linie weniger Kinder Nr. ATS-T ich mag dich nicht der Kondosche angelaufen ist sie noch und dafür kriegen wir und so sind hier welche das habe ich da jetzt eigentlich gerade was habe ich da nennen weil ich dann aber das Verkürtel das ist wirklich das Ding aktiviert du ich sieh'n Gott nicht dann müssen das ist schon selber was hinten da sind böse ich bin gestorben ich bin trotzdem aktiviert und ich glaube nicht aber wäre lustig oh nein wo komme ich denn hier schon wieder raus oh nein ATS-T zerstört ja genau da bin ich rausgekommen ab durch die ab durch gut weiter wir haben einen yWing Hammer geil direkt im stehe gemacht direkt im Schnee gemacht direkt im Schnee direkt im Schnee eine nur ok nein nein nicht falsche Richtung falsche Richtung falsche Richtung ich bin gerade so schlecht sag mal falsche Richtung ja wieder die wieder die Sniper die können ja nicht dass ich verstehe ich gar nicht weil ich da bin so gut damit das ist nicht wie die Gegner es hierher schaffen das ist die Länge es war so schlecht können wir doch gar nicht sein insgesamt oder es nicht alles ich mache normalen Startpunkt und wird sofort erschossen sind keine normalen Startpunkte doch aber normalerweise sind da keine Gegner ja momentan ja das ist das was mich nervt aber ich habe Kill gemacht, das finde ich nicht so doof da ist es mir nervt, dann schon wieder ganz schnell verbraucht, ich bin tot, doch es nervt mich doch irgendwie bin ich sehr meinungswandelbar hier in dem Spiel und natürlich kenne ich ihn nicht, natürlich nicht ja warum auch, der hatte da auch was dagegen will ich mir jemanden Blaster Schuss in den Kopf geben bitte, danke gerade ist mein Blaster, hab gerade mein Blaster nicht dabei, dann tut mir leid schade, schade selbst das geht nicht außer im Wohnzimmer ungefähr, ich weiß nicht eine Weile weg von mir, so 20 Minuten also das mit ihm mal eben würde zumindest ein bisschen dauern das kann nicht sein, dass da oben drei von diesen naja, es kann theoretisch die Momente, wenn etwas ausgebiebt werden sollte jetzt rastet der Lenn aus, jetzt ist vorbei die Party aber das kann man doch mal gegen die Schütze einsetzen da macht doch was dagegen das ist doch so lächerlich der altruistiker mitnimmt der mal Detonator das ist ein bisschen doof sie können mich mal aber richtig und zwar kreuzweise 2,4 daran dass sie das machen werden auch Mano, Müll, Dubser, Kanone das machen sie doch alltäglich keine näheren Infos, man, bitte das möchte ich nicht wissen wirklich nicht was da zwischen dir und den Gegnern passiert bleibt zwischen dir und den Gegnern musst du dir doch nur anschauen dann siehst du auch gleich, dass sie das alltäglich machen jaaa Lenn wird Agro Agro Lenn jaaa ja